Wir sind in Deutschland von Germany, Nummer 8, Richard Room, Riding CRM 11, 3. Wurzeln. Wie ist das Bäuschlein? Gib mir mal deine Optik, wo es hier kommt. Achtung, Roberta. Ja, ich bewege mich nicht. Das Pferd sieht auch voll geil aus. Ja, Mann. Es gibt ein Bild, da sieht man das Pferd irgendwie, also das Foto ist von vorne und du siehst, wie das Pferd mit dem Gesicht aufkommt und voll zusammenbricht und dass der Reiter so runterfällt. Das ist das heilkranke Bild. Ja, Mann, Kollege, du kannst reiten, weil du reitest im guten Abstand. Boah, der springt sehr hoch. Ja, bei. Sehr gut. Die Deutschen halt wieder, weißt du. Sehr hoch, stimmt. Das ist Wahnsinn. Das ist bis jetzt das Beste. Das war das Perfekt. Das war's. Oder? Ja. Aber ich lass immer laufen, bis sie sozusagen, wie jetzt, zum Stehen kommen. Und dann hat man... Ich weiß jetzt kein Schemann. Oder... Ich haraka мужikk im, in der Zeitung. Aber da, für den feather am Ende.